Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute im Stream eine richtig coole Erfahrung gemacht, wie man unendlich viele Goblins farmen kann und das sehr, sehr einfach und sehr, sehr effektiv, ohne viel spielen zu müssen. Das heißt, man kann das richtig schön AFK machen, beziehungsweise nebenbei eine Serie gucken oder sowas. Und zwar, was ihr machen müsst, ich zeige euch das, wie ich das gemacht habe. Ich werde euch gleich auch was einblenden, wie es im Stream dann gelaufen ist. Und zwar bin ich hier oben nach Korbach gegangen, genau. Und dann müsst ihr im Osten zu einem Tunnel, beziehungsweise zu einem Keller gehen und den Keller resetten. In einem der letzten Patches ist nämlich, seit einem der letzten Patches ist nämlich möglich, Keller und Dungeons zu resetten hier. Dungeons resetten. Und was ihr basically macht, ist hier rechts oder irgendeinen anderen Keller, wir haben jetzt hier rechts den Keller genommen, den Grupp von Garan reingehen. Reingehen, entweder ihr beendet den, das könnt ihr natürlich auch machen, gibt ein bisschen Loot, gibt ein bisschen Erfahrung, gibt ein bisschen Obolusse. Aber basically könnt ihr auch reingehen, gucken, okay, keine Goblins. Dann wieder rausgehen aus dem Tunnel, aus dem Tunnel, aus dem Keller. Dann den Keller resetten, hier, Dungeon resetten, yes, und dann wieder reingehen. Dann ist der geresettet und ihr kriegt eine andere Mission da drin. Und unter Umständen halt auch den Keller mit drei Goblins. Gehen wir mal rein, vielleicht habe ich ja Glück. Ne, auch eine sehr coole Aufgabe, um Erfahrung zu sammeln. Also Erfahrung kriegt man hier auch nicht so viel wie in anderen Gebieten. Bin ich ganz ehrlich mit euch, zum Erfahrung sammeln only macht es keinen Sinn. Aber Items sammeln schon und vor allen Dingen Ubers, weil die Goblins, gerade auf hohem Level, haben schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, welche fallen zu lassen. Wieder die Aufgabe. Ah, ich habe auch nicht zurückgesetzt. Lul. Habe ich zu viel gequatscht. Ihr könnt, ich habe das gemessen, innerhalb von 20 Sekunden einmal zurücksetzen. Das heißt, pro Minuten drei Dungeons. Und wir haben im Stream ungefähr alle 20 Keller die drei Goblins gehabt. Das heißt, wenn ihr wirklich schnell seid, innerhalb von 10 Minuten mindestens einmal die drei Goblins am Start haben. Und würde ich sagen, blende ich euch jetzt einmal ein, wie das dann aussieht. Oh, da ist es. Da ist es. Aufnahmezeit 14 Minuten, war jetzt so um der 30. oder so. Da sind sie, meine Friends. Und er lässt mir auch direkt einen Unik da. Geil. Das Ganze ist dann 10 Minuten später nochmal passiert. Ich habe sogar ein perfektes Totem. Ah, guck mal hier, die nächsten Goblins. Let's go. Hallöle, wie geht's euch? Oh, wieder ein Unik. Let's go. Und so könnt ihr entspannt ein paar Goblins fahren. Für den einen oder anderen macht es vielleicht keinen Sinn. Der ein oder andere hat da vielleicht Spaß dran, abends so ein bisschen auf der Couch ein paar Goblins nebenbei zu fahren. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und ist cool, dass das jetzt geht mit dem Dungeon Resetten. Ich hatte mit dem neuen Patch damals einmal diese Goblins bekommen. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, das auch zu resetten. Um sich diese, ähm, diesen Keller selber, ja, zu erschaffen, sage ich mal. Und, hatte ich ja eingangs gesagt, ähm, es ist theoretisch auch möglich, einen Schlechter hier drin zu finden. Ähm, hatten wir jetzt in 40 Minuten tatsächlich keinen. Der ist nochmal sehr viel seltener. Ähm, aber wenn ihr einen Schlechter findet, erschreckt euch nicht. Es kann auch ein Schlechter hier in dem Keller sein. Deswegen auf jeden Fall aufpassen und nicht ohne, ähm, ohne genau hinzugucken in den Keller hier gehen. Und ja, das war's von meiner Seite. Das wollte ich euch auf jeden Fall einmal mitgeben. Finde ich eine ganz coole Sache mit den Goblins. Wenn ihr das noch nicht wusstet, probiert es auf jeden Fall selber aus. Der Loot ist ganz cool und ist eine coole Sache, die man nebenbei so nachmachen kann. Ihr seht, man muss nicht viel kämpfen. Gerade auch vielleicht für schlechtere, schwächere Leute, die ein bisschen, ähm, farmen wollen. Eine coole Sache. Oder für die Leute, die im Endgame vielleicht gerade ein bisschen Langeweile haben. Könnt ihr hier ein bisschen die Goblins farmen. Ich würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen. Sehr über ein Follow auf den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Kommen ja auch Patch Notes raus. Heute Abend kommen Patch Notes raus. Also nicht verpassen heute Abend 19 Uhr. Ansonsten morgen hier auf dem Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Follow da lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute. Hau rein. Bis jour anbsem. Bis zum nächsten Mal. Durchsuchen. Vielen Dank.